Mal sagen Tschüss nilililililu AAH MEINE FRIENDER KOMMT DER HERH! NER WIRD! Auf die Schnauze! Ich hoffe, er wird uns sagen JA! Jo Leute, was geht? Und wir sind gerade ein bisschen im Bedrängnis. Hallo, da liegen deine Sachen. Meine Sachen. GIF ALL TO SACHENS! Okay, das lege ich natürlich wieder an. Doppel Schwert-Kombo und dann auf der anderen Seite meine Doppel normale Kombo. Und ich habe hier Splash-Damage-Dingens, ne? Da liegen noch Sachen. Oh ja, GIF ALL TO SACHENS. Was ist hier auf Farming? Ich hätte dann einfach... Haha, noobs. Schau, was ich bekommen hab. Schau, was ich bekommen hab. Au! Was denn? Was war das denn? Level Up? Ich hab grad ne Ding jetzt geöffnet. Ne, ähm... Ne Vortel. Was heißt? Okay, und dann? Kannste übrigens einsammeln und auch wieder aufbauen. Ah! Jo, ich bin hier unten an der Seite. Alter ist... Das geht leider. Oh ja. Oh, viel besser. So. Also wir hauen uns jetzt hier durch quasi. Ja. Irgendwie. Alter, guck mal drüber. Ja, ich seh's. Das mit den zwei Schweren ist schon ziemlich cool. Wir müssen irgendwie... Hast du Baublöcke? Das mit den zwei Schweren... Ich hab' mir auch eine Stärke gegeben. Äh... Ja, hab' ich. Warte. Arschloch. Ich versuch' mal ein bisschen zu flanken. Also flankieren. Nicht zu verarschen. Oh, hier ist nur Goldener Grabstein. Oh, scheiße. No. Hund, 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 Hund. Hund. Das ist ne Katze. Katze. Oh, shit, Alter. Ich hätte niemals dieses Ding aufmachen sollen da drüben. Thief Skeleton. Du musst vor den Thief Skeletons aufpassen. Und die klauen dir dein Schwert. Die droppen dir Sachen aus deinem Emotaro. Ja, hab' ich gesehen. Ich werd' erstmal was essen. So. Und dann... Okay, da kommt ein Mini-Zombie. Kannst du das hier wieder schließen? Leg. Nein, sofort. Kannst du das... Ja, schnell. Sonst kriegen wir hier die Schnauze gleich. Ich kann das grad nicht. Ich hab... Mein Inventar, pack das da eben mal rein. Mann, early. Okay. Du bist aber auch fast tot, ne? Du hast hier nur diese zusätzlichen Herzen, mit denen man fast alles macht eigentlich. Ja. Okay, die ganzen typischen... Aua! Ey! Das war's ja nicht so. Ich wär' hier... Oh, Wagger, ich steh drin! Ja, ich seh's. Nein, zieh, Skeletal! Ich steh' hier und baller eigentlich nur drauf. Warum bist du auch da reingelaufen, du Hengst? Nein, mein Buch ist weg! Clemmy! Ja. Raus hier! Mach zu, mach zu, mach zu! Nein! Verdammt! Early! Ich komme zu hoch. Ohne Waffen, ohne alles. Äh... Ich hab mein Schmerd nicht mehr! Meine Maus. Meine Maus spinnt! Ich komme! Da bin ich gestoben, da! Ich bin ein bisschen ruhig! Martin, ich muss mich konzentrieren! Ich hab' gerade ein Fettensproblem. Was denn? Äh... Ich auch. Ich gäbe. Oh, ich hab' die Skeletter getötet. Hilfe! Komm mal zurück, hier ist ne Katze! Kann ich nicht! Ich hab' nur noch ein zweieinhalb Herzen! Au! Ich hab' halt gar keine Herzen! Warum ist sie so schnell? Stub! Stub da! Ich hab' doch gar nichts, ich hab' doch überhaupt nichts! Nein! Ich hatte 36 Level! Ich hatte auch ganz viele Level. Ich weiß nicht, wie viele, aber ein paar hatte ich bestimmt. Rest in Peace, Klim. Hier liegt mein... Ah! Was ist das für ne... Das ist der richtige... Math, not even once. Das ist der richtige Speedcat, Alter! Ich hab' sie getötet. Meinst du, ich krieg... Wie krieg' ich meine Sachen wieder? Den Grabstand abbauen. Den Grabstand abbauen. Den Grabstand abbauen. Ah, den hier. Oder? Nö. Wo? Welchen? Der, der von... an deinem Grab ist. Also hier stand... Oh, shit! Early! Ja? Ja, okay. Das krieg' ich noch alleine hier. Das sind nur ein paar zwei Minuten. Sagt der und wurde von einem... Warum hat der... Hat der eine Angel? Oh! Ne, eine Bogen. Ich hab grad'n fettes Problem. Ich kann nix abbauen hier. Aber ich muss nur diese Gravestone-Plates abbauen, ne? Dann spawnt nix mehr, oder? Äh, ja. Ich komm nie mehr an mein Schwert ran. Das ist blöd. Soll ich den Schwert mitbringen? Ne, jetzt größere Probleme. Da hat mein Schwert da hinten, das ist halt nicht verzaubert. Das ist mal ein Flächenschaden und das ist grad wichtig. Ich mach uns hier ein bisschen mehr Platz, indem ich hier... So. Die Teile mal weg mache. Dann geb' ich dir ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. Und dann komm's nämlich auch besser hier durch. Ja, wenn du nicht in mich reinlaust, wär das schon mal eigentlich ganz super. Ich kümmer dich um die Viecher da gerade mal kurz. Äh... Ja, womit denn? Keine Ahnung, irgendwas. Überleg dir was, Clip! Die sind fast alle tot. Da schießt nur einer mit irgendwas Exklusivem. Au, yo. Ja, die sind ein bisschen außerzeit, die Viecher. Ich hab Angst, dass mein Schwert leicht die Spawn ist. Ja, warte mal. Wo hinter dir? Ich hör mir mal ganz kurz... Warum spawnt hier hinten denn so viel WTF? Was schießt denn hier die ganze Zeit? Yeses! Oh nein, die Schatten voll, Freunde! Ich hab noch ein halbes Herz, ne? Muss man auch diese Wodengrabsteine abbauen oder... ...nur andere? Oder halt echt einfach alles abbauen oder helfen fackeln. Alles abbauen einfach. Au! Okay, der ist down. Kannst du den Block vor mir abbauen? Äh, ich hab nichts zum abbauen. Greif hier mal mit und... Mein Schwert, verdammt! Los, Ödi, du schaust das! Komm mit! Kannst du noch ein halbes Herz, aber YOLO! Ich zieh's gerne, sonst fack ich mir einfach tierisch ab. Komm einfach mit voll Angriff jetzt. Und dann irgendwann... ...wird's natürlich, äh, unser Ziel sein. Beziehungsweise mein Ziel wird's sein. Ähm... Ich kann sie eins, Sonic! Gut, ich Skeleton, den krieg ich down. Okay, nice. Dann wird's mein Ziel sein, bessere Rüstung zu machen, bessere Schwerte und so weiter und so fort. Mit ein bisschen informieren über das Modpack. Los, Vorsicht! Raus hier! Raus hier! Raus hier! Okay. Ich muss mir nicht zweimal sagen. Tschüss! Na, meine Freunde! Kommt ja her! Der wird auf die Schnauze! Ha! Ich hoffe, er wird uns sagen. Ja! Ha! 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 Ihr wird alle sterben! Ah, weggeschlitzt. Schlitz! Okay. Äh... Oh, Wizardtypie. Hi! Na? Au! Ich weiß immer noch, wo meine Sachen sind. Na, hier! Hinter dir! Okay, give all to Sachen's. Äh... Cats! Schon wieder so eine Scheißkatze! Hinter dir! Ja, ich hab die Viecher! Sie ist tot, 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 sie ist tot. Okay, das hier schmeiß ich weg, das hier schmeiß ich weg, das hier schmeiß ich weg, das hier schmeiß ich weg. Und ich hab mein Backpack wieder, das ist gut. Zum Besinn der Sicherheit. Ja, das ist gut. Würde ich mal so behaupten, oder? Ist, ist doch gut. Geht das alles weg. Sehr gut. Ah, Gott sei Dank, ey. Ich mag die Dungeons, die sind cool. Ihr anstrengt! Die sind cool, aber anstrengend, das stimmt. Mehr Herzen, give all to Herzens. Und dann können wir weiter eigentlich. Moment, meine Rüstung ist fast normal, ich muss einmal reparieren. Okay, die sind kaputt und dann ist die weg, ne? Ja. Das ist blöd. Ich find's blöd, dass man so viel essen kann, wie man will, weil das stört ein bisschen. Ne, das liegt daran, dass das Essen einen Buff gibt. Okay. Ah, I see. Ich mach hier nochmal ein bisschen frei, damit wir im nächsten Part oder gleich, je nachdem wann wir das machen, ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum haben, weil das eigentlich immer ganz gut ist. Und dann bauen wir uns hier vielleicht einen in den Boden rein. Ich setze mir den Port nochmal hier hin. Hast du noch eine unbeschriebene Seite für mich? Ne, einfach, einfach, äh, äh, einfach hingehen und wenn du die Warpage hast, äh, Shift und rechte Maus hast und dann beschreibst du die neu. Ich hab keine Warpage. Doch, wenn du wieder Dinges, du kannst die Warpage jetzt wieder rausnehmen. Ach so, ja, Shift und rechts klick da drauf, ne? Dann hab ich hier die, äh, Bound World Page Klümm, Dungeon. Genau, und dann kannst du das Shift und rechts klick, äh, mit der Page in der Hand und dann, genau. Jetzt rechte Maus hast und dann kannst du die neu beschreiben. Ah, okay, Dungeon, so, und dann pack ich die, was machst du? Ich bin bei Nodop eben kurz meine Rüstung reparieren. Warum bei Nodop? Weiß ich nicht, hab ich mir angewohnt. Okay, dann werd ich hier mal eben... Und wie viel hast du? Nicht 40 wahrscheinlich, ne? Ich bin leer. Scheiße, was mach ich jetzt? Ich hab 13 Level. Nimm ne andere Brustblätter so lange. Venus, hast du XP über... Nimm meinen Helm, äh, krieg ich nicht mehr repariert jetzt. Oh scheiße! Oh, das war ne blude Idee. Was? Ah, passt schon. Ich bin da schon, ich bin da. Ich hab so ein kleines Ding geöffnet, das man so ein bisschen wegen schlagen kann, weißt du? Stimmt, das ist eine geile XP-Farm. Ja, das auch. Ja, stimmt, das ist echt voll die geile XP-Farm. Wenn du dich einfach nur da vorne schlägst, musst du halt nur für den kleinen aufpassen. Ah, ich bin jetzt schon Level 19. Au. Was greift mich denn da an? Yeses! Yo! Ah, Michi! Ah, die Katzen sind wirklich totes einfach. Die eskalieren einfach! Ja, die ist die ganze Zeit schon so drauf. Du musst gucken, dass die nicht von so vielen Winkeln kommen. Au! Oh, das mit dem C. Fuck, üben's ab irgendwie manchmal. Okay, ich baue mich hier rechts mal weiter. Hier sind nämlich die Grabsteine. Dann baue ich die einfach ab. Du musst auf jeden Fall das ein oder andere relativ gute Pfeil sein. Grabsteine. Dier oder rotes. Hast du Fackeln für mich oder so? Boah, das mit dem C nervt überhart. Das was? Das C. Ich komm noch nicht drauf, oder was meinst du? Das C? Nein, dass man einfach C drücken muss. Ach so. Ah, das Problem hab ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das werd ich mich noch dran gewöhnen müssen. Wir sind schon Level 22 jetzt. Ja, mein Level ganz gut da drin. Oh ja. Oh! Grumpy Cat, Grumpy Cat! Was? Ich bin kurz nicht mehr da. Ja, dann mach bitte deine Seite zu, wenn du weg bist. Ich bin ja sofort wieder da. Und da bin ich wieder. Kannst du mir Cobblestone? Ja, okay, ist schon gut. Daneben von zu Hause holen. Oder du baust dir den ab. Ja, bin ich grad bei. Ich hab hier davon noch vier Stück. Die... Ja, die brauch ich aber eigentlich nicht. nochmal in mein anderes Backpack liegen. Oh, hier hab ich noch ein 29 Stück drin. Na nice, dann werde ich einfach die benutzen. Der Zimmer hat hinten nicht aktiviert. Von hinten kommt Fischer. Sicherst du von hinten ab? Ja, passt jetzt eigentlich. Au. Warum konnte er mich treffen, der Penner? Ich muss mir eben kurz den ganzen Müll hier weg. In die Zombie. Ja, ist ein bisschen anstrengender hier durchzukommen als durch normale Dungeons, aber... Ja, sehr anstrengend, aber es ist schon recht... Au, wow, 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 speedy cat aller. Okay, ich werde mich von hinten hier versuchen ranzubauen. Kannst du mir irgendwelche Fackeln mitbringen, bitte? Ich bin hier noch. Oder kannst du mir Fackeln geben, einfach? Kann ich machen. Okay, hier geht die übelste Party ab, Olli. Aua. Hier hast du Fackeln. Oh, danke. Gut, die werde ich mir dann hier nebenpacken. Dann muss ich immer nur in diesen 3er-Bereich gehen. Ich fahre jetzt einmal ein bisschen XP, weil das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, eigentlich nicht. Man könnte sich hier einrauben, hier so als XP rauben. Ja, einrauben haben wir nämlich noch. So, hier einfach eine Fackel hin. Und dann, oh shit, cats, cats. Haben wir, haben wir. Okay, down. Wir haben hier mal ein bisschen mehr Platz. Einfach, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Warum was sonst? Finde ich auch nice, dass man hier, aber der Dunge ist in der ganz normalen Oberwelt, oder wie? Ja. Okay. Und der ist einfach so irgendwo da. Oder irgendwo unter. Ja, da ist so ein Friedhof. Da ist so ein Friedhof und da kannst du dann reingehen. Supergeil. Kann hier ganz schön gemacht. Dann gibt's halt noch die, 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 die Rouge Sunsens. Die sind nochmal teilweise auch ein bisschen härter. Oh shit, Silberfische. Ja. Die findest du auch da, easy goal. Da sind so Türme, die da sind. Und in den Türmen kannst du dann nach unten gehen. Alter, geht gut ab, das Zeug, hier. Ja. Alter, da kommt ein bisschen was auf dich zu. Ja, ich seh schon. Aber eigentlich kein Problem. Kannst ja easy peasy abwehren. Die Doppelschwerde... Das ist super lustig. Aber die Doppelschwerde kommen und ist richtig geil. Weg, ihr Schlützt! Ich würd sagen... Ich würd sagen, das war's für diese Folge, oder? Ja. Du hast da mir eingeleitet, oder? Ja. Ich würd sagen, Leute. Schaut mal mit dem Early Boy vorbei. Wenn ihr... Und beim Early Boy auch. Und beim Early Boy. Und schon auf jeden Fall bei dem Skelett da hinten vorbei. Der macht auch Videos. Ich glaub, der heißt Skelett123 auf YouTube. Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Shine. Wenn's wieder heißt, wir tündern Friedhoff Dungeons, weil wir Grabräuber sind. Ja, selber. Tomb Raider. Oh, Tomb Raider, Alter. Geilstes Spiel. Geilstes Spiel. Ja, das ist wirklich sehr geil. Ich hab's versucht. Das ist so oft durchgespielt. Egal, anderes Thema. Okay. Bis dann. Tschüss. Aua! 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 Aua!